Hallo Leute! Wir wollten euch heute einen Schellenpfeil zeigen. Wir werden uns Backpfeifen geben und wir haben auch Bälle als Joker. Viel Spaß beim Video! Also, diese Bälle haben wir als Joker. Ja, wenn man einen Joker insetzt, muss man in die Backe danken. Ja, erstmal wählen wir einen Ball aus. Ich wähle den aus. Nein! Ja, okay, keine so harte Melle. Den bestimmen. Halt den unten. Dann haben wir den. Oh, das tut richtig weh. Ja. Okay, es geht los. Schenk, 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 Schenk. Schenk, Schenk, Schenk. Oh Mann, du bist echt klar. Geh bereit. Oh, scheiße! Mach deine Mütze aber weg. Oh, das macht Bibi. Komm! Nicht zucken! Nicht wegzucken! Nicht wegzucken! Scheiße, es hat reich. Bis einer aufgibt. Wie viele Jokers? Eins. Zwei. Okay, zwei. Eins. Zwei. Eins. Okay, eins. Okay. Mit Bestrafung, okay. Mach, wie du willst. Die Bestrafung. Oh, scheiße! Sie können euch gar nicht vorstellen, wie wehdest du es. Geh weg! Komm hoch! Was ist hier denn? Was ist hier denn? Lass dir jetzt l�en. Oh! Oh! Jetzt macht er was mit Joker. Wie macht man das? Ich mach so. Okay. Eins, zwei, drei. Das war nicht schade, oder? Okay, jetzt kommt die Joker. Oh! Scheiße! Okay, mach weiter. Egal, mach mal leicht. Oh! 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 Das war nicht schade, oder? Oh, das war nicht schade, oder? Ja, ich schade. Komm, Mann, hier hin. Okay. Oh! Luder! Okay, du darfst zweimal Joker. Einmal. Okay. Ah, du hast damit getroffen. Oh, Scheiße. Mit Bestrafung, gell? Ja. 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 Oh! 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 Okay, ich geb auf. ito! Ich sag dich lighten, oder? Okay. Tschüss. Schreibt unser Kanal ab. Bitte abonnieren.